Das ist der neue Twitter-CEO. Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video. Ja, und ihr könnt euch schon denken, um was es geht. Es geht um Dogecoin. Es hat sich einiges getan. Also man sieht ja hier, Elon Musk hat wieder fleißig getwittert. Wir haben einen neuen Twitter-CEO. Sein Hund hat übernommen. Kann natürlich nichts schlechter sein als die vorherigen CEOs. Das hat Elon Musk auch selber getwittert. So much better than the other guy. Ja, damit ein bisschen lustig in die Analyse reingestartet. Dogecoin wurde sich mehrfach gewünscht. Deswegen schauen wir uns auf jeden Fall heute mal Dogecoin an. Doch bevor wir starten, lasst das Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich wie immer gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoin. Wenn ihr Bock habt auf Updates oder Signale, joint da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Momentan traden wir bei Dogecoin bei 0,08 US-Dollar-Cent. Wir sind hier in einem schönen Abtrend gelandet. Dann dieser leichte Abverkauf, den wir natürlich auch generell an den ganzen Kryptomärkten hier vorzufinden hatten. Das hat natürlich auch Doge ein bisschen unter die Räder gebracht. Und jetzt hat Elon Musk wieder ein bisschen getwittert. Und wir sehen sofort wieder einen steilen Anstieg mit deutlich Volumen. Also immer wenn Elon Musk ein bisschen twittert, geht es immer brachial nach oben. Beziehungsweise, was heißt hier brachial, immer so ein bisschen nach oben. Wir wollen es mal nicht überstrapazieren. Und dann wieder runter. Also im Endeffekt würde ich auf solche News, wer ganz, ganz schnell unterwegs ist, wer hier, keine Ahnung, Twitter Premium Plus abonniert hat. Und hier in Sekundenschnelle oder, keine Ahnung was, die Mitteilung kriegt, kann da schnell logen gehen. Aber grundsätzlich werden wir auf jeden Fall wieder zu diesen Leveln zurückkommen bei 0,082 US-Dollar Cent. Das soll es aber nicht gewesen sein. Wir blicken nämlich mal jetzt ganz kurz auf den Daily-Time-Frame. Also wie gesagt, unser Abtrend, der hier vorübergehend gebildet wurde, ist mittlerweile wieder gebrochen. Wir hatten hier bei Dogecoin schon in der Vergangenheit darüber gesprochen. Dieses Level hier unten bei den 0,065 US-Dollar war sehr, sehr wichtig für Dogecoin. Zuletzt immer wieder hier Support bzw. Widerstand gewesen, kleine Range gebildet. So wie das im Endeffekt bei XRP und Chainlink gebildet haben, haben wir das hier im kleinen Format bei Dogecoin gebildet. Von hier aus schöner Abtrend, der jetzt gebrochen wurde aufgrund dieser ganzen Newslage, wurde aber noch nicht gere-testet. Das heißt, wir haben den Abtrend zwar gebrochen, haben auch kein höheres Hoch mehr gebildet. Tieferes Tief ist mittlerweile hier bestätigt. Ein Retest hier oben in dieser Region, um, was haben wir hier oben, 0,092 Cent. Wäre ein Retest, ein Bearisher-Retest, sollten wir hier rejected werden. Kann es nochmal hier runter Richtung Range gehen bei ungefähr 0,068 US-Dollar Cent und dann für einen doppelten Boden. Sehr, es wäre wahrscheinlich, dass wir hier unten wirklich den Boden gefunden haben. An sich haben wir aber hier schon mal das FIP-Level gezogen. Mindestziel wäre eigentlich hier die 0 Dollar und 12 US-Dollar Cent eigentlich, um hier oben zumindest mal eine Trendwende hinzulegen. Weil, ich sage jetzt mal, auf den kleineren Timeframes hier haben wir es einigermaßen geschafft, wurden halt jetzt wieder abverkauft, aber auf den größeren Timeframes von diesem Swing High, sage ich jetzt mal von den 15 US-Dollar Cent bis runter, wäre hier oben dieser Trendwende-Bereich. Solange wir hier nicht über diesen Bereich von 12 US-Dollar Cent rüberkommen, bin ich hier einfach noch ein bisschen bearish angestimmt. Trotzdem bin ich weiterhin in Doge investiert. Zwar keine Überbeträge, aber Doge ist ein Teil von meinem Portfolio. Einfach aufgrund dessen, nicht nur wegen Elon Musk, sondern auch wegen der Anwendungszwecke, man kann es sogar über Radar wählen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet oder, keine Ahnung, versenden. Also ich finde es vom Anwendungszweck nicht verkehrt, auch einen kleinen Teil zumindest im Portfolio zu haben. Trotzdem charttechnisch haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Abverkaufspotenzial von ungefähr 20%. Würde für die Kryptomärkte jetzt auch nicht unbedingt was Bearishes bedeuten, weil wir auch hier noch mal von möglichen Kursen von 18 bis 19k bei Bitcoin ausgehen. Das würde in der Dogecoin sehr, sehr gut passen hier in diesem Bereich. Aber wie gesagt, ist momentan noch ein bisschen zu früh. Sollten wir hier diesen Retest kriegen, würde wahrscheinlich auch sehr, sehr gut zu unserem Golden Pocket hier oben passen. Von unserem Low zu unserem High Perfekt würde sehr, sehr gut passen, hier oben bis maximal 0,9 US-Dollar Cent reinzukommen. Sollte hier die Rejection reinkommen, dann gehe ich eher davon aus, dass wir noch mal zumindest ein Higher Low hier in diesem Bereich, in dieser grünen Box testen. Wäre kein Lower Low, wäre ein Higher Low und dann mit dem Higher Low und dieser Bestätigung locker hier hoch in das Golden Pocket. Das ist jetzt so ein bisschen mal der langfristige Fahrplan, abgesehen von irgendwelchen Tweets oder sonstigen Fällen. Blicken wir noch mal ganz kurz in die kurzfristigen Zeiteinheiten. Auch hier, wie gesagt, sehen wir ganz kurz eben diesen Pump, den wir hier vorfinden. Ziel auch hier, nicht nur auf den größeren Time Frames, auch auf den kleineren Time Frames, ist hier diese 0,92, also 0,9 US-Dollar Cent hier oben, diese Marke. Das ist der Zielbereich erst einmal, trotz dieses ganzen News-Gepumpen oder sonstigen Zielbereich liegt hier oben. Sollten wir hier die Rejection reinkriegen, ist das auch für mich ein klares Short-Signal. Und dann Stop-Loss, sollte aber hier oben über die 0,096 US-Dollar sein, ist 4%. Trotzdem, dieses Risiko würde ich sogar eingehen, oder man arbeitet hier mit zwei Entries, das werde ich aber gegebenenfalls in der Telegram-Gruppe da nochmal Bescheid geben. Denn wir haben hier oben noch so einen kleinen Order-Block, den wir hier oben noch vorfinden haben. Das heißt, und natürlich auch noch diese kleine Ineffizienz, die hier auch noch liegt. Das heißt, dieses Risiko müssen wir auf jeden Fall einplanen. Ineffizienz, Golden Pocket, 0,786er und eben dieser Order-Block, der hier oben auch noch liegt. Vier Widerstände, die hier Dogecoin innerhalb kürzester Zeit durchbrechen muss. Und wenn wir uns das Volumen hier angucken, vor allem hier in diesen Bereichen, da ist schon noch unten sehr, sehr viel Volumen. Das heißt, die Chance, dass wir zumindest hier oben dann die Rejection reinkriegen und als Ziel die 0,079 US-Dollar anpeilen, ist sehr, sehr hoch. Und dann eben die Reaktion, entweder kriegen wir hier die Reaktion oder wir setzen die Reise weiter in diese grüne Box, wo wir eben in den größeren Timeframes drüber gesprochen haben. Gut, und damit würde ich euch entlassen, erst einmal aus dem Video. Wie gesagt, neuer CEO feiert es oder feiert es nicht. Ich feiere es auf jeden Fall. Das war es von meiner Seite. Wie immer, Like da lassen, Abo da lassen und wir hören uns zum nächsten Video wieder. Gerne eure Altcommitglieder unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, das war es von mir. Schönen Tag noch. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.